Da Valerie eine seriöse Person ist und ich finde jemand, der für etwas steht, kann man bei sowas dann auch mitmachen. Dass jeder jedem seinen Raum lassen sollte. Also wenn du etwas machst und wenn das deine Art ist, dann kann ich damit leben, solange du nicht zu nah in meinen Bereich kommst und ich finde, so sollten die Leute miteinander umgehen.